Mein Name ist Anselm Dötterl, ich studiere BWL im fünften Semester an der FH in Regensburg, bin derzeit hier bei PRONES in meinem praktischen Semester. Ich bin der Abteilung Prozessmanagement zugeordnet, bin hier im Bereich Terminmanagement. Wie im Hintergrund sehen können, sind wir zuständig für die Netzpläne. Wir planen quasi vom Auftragseingang bis die Maschine fertig ist, die kompletten Abläufe grob durch, damit dann unsere Leute unten in der Sparte das Ganze optimieren können. Ja, da das Ganze eigentlich sehr komplex ist, möchte ich nicht tiefer einsteigen, sondern möchte euch am besten einen Einblick geben, was wir so hier bei PRONES machen als Praktikanten beziehungsweise Werkstudenten und deswegen nehme ich euch morgen mit nach Freising, wo wir die Netzpläne für die Fertigung optimieren möchten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und habt einen Einblick dafür. So, heute ist es soweit. Wir fahren heute nach Freising und deswegen müssen wir heute ein bisschen hier anfangen. Ich zeige euch mal, wann. So, ab und zu müssen wir hier aufstehen und deswegen geht es jetzt los. In Regensburg um kurz nach fünf, eigentlich mehr die bessere Zeit zum Heim kommen, anstatt jetzt in die Arbeit zu gehen, aber lassen wir uns wohl überraschen, wie der Tag wird, oder? So, pünktlich auf die Minute, mein Tag sich am heutigen Tag, mein Chef der Hammermeier und jetzt geht es los nach Freising. Morgen, Herr Hammermeier, kann es losgehen? Alles klar. Alles klar. Okay. So, wir sind jetzt in Freising gelandet. Hier ist das Steineckerwerk. Ist seit 1995 dabei bei PRONES. Wir sind jetzt direkt am Haupteingang und ich hoffe, mein Kollege der Vogel Daniel holt mich gleich ab und dann gehen wir kurz mal durchs Werk und ich fange euch ein paar Bilder ein vom Werk hier in Freising. Ja, hier in Freising haben wir jetzt quasi hier unsere große Halle. Hier werden die Sudbehälter gebaut. Die Halle steht noch nicht so lange. Die haben wir jetzt seit zwei Jahren. Hier auf der rechten Seite, da wird der Behälterbau gemacht, beziehungsweise die Fertigteile für die Sudkessel. Wie man sieht, haben wir heute perfektes Wetter für den Ausflug nach Freising. Hier hinten sollte irgendwo der Flughafen sein von München. Leider kein Flugzeug, aber perfekte Indille, würde ich sagen. Also, ja, ich führe euch mal ein bisschen rum hier durch Freising und schaut euch einfach das Ganze mal an. Ein neues Kombi-Cube, das wir bauen. Das Kombi-Cube heißt, das ist ein Sudhaus mehr oder weniger auf dem Grundrahmen. Der Grundrahmen wird dann da aufgebaut und da kommen dann die Gefäße rein. Der hat dann unten die Vorfahrer, das ist das Zweiteil. Das ist dann da hinten. Der hat dann da aufgebaut. Also, da ist halt ein Grundrahmen, eine BG-Bühne und so weiter. Und da entstehen dann halt auch die Behälter, die wir nach Neutrauben liefern. Die kommen dann zu uns nach Neutrauben. Die werden dann von Freising nach Neutrauben geliefert. So, hier sehen wir gerade einen Sudbottich, der wo jetzt dann verladen wird. Wie man sieht hier mit dem Kran. Die Teile sind sauschwer, deswegen brauchen wir da die größeren Maschinen. Hier sieht man schon mal eine verpackte Maschine. Die wird dann direkt hier von Freising aus weggeliefert und kommt dann direkt zum Kunden. Mahlzeit. Was vermisst denn du? Bitte? Was vermisst denn du? Das wird bloß ein Film. Über das Werk Freising jetzt quasi. Ah, da schau her. Sehen Sie dann auf Gronis? Hoffentlich positiv. Kommt dann auf Gronis TV. Hoffentlich positiv. Ja, selbstverständlich. So, nach unserer Werksführung durch Freising. Ihr habt am Anfang die Sudkessel gesehen. Wir sind dann weitergegangen von den Sudkesseln zum Behälterbau, der eigentlich ein direkter Zulieferer ist für unsere Maschinen in Neutraubling. Bin ich jetzt endlich im Büro angelangt, habe meinen Arbeitsplatz soweit eingerichtet, habe meinen PC bekommen. Wenn ihr mal sehen wollt, hier mein Laptop mit zweitem Bildschirm selbstverständlich. So kann man leben als Werkstudent, würde ich sagen. Optimiere ich jetzt die Netzpläne mit meinen Kollegen, den Vogel Daniel. Bergchen. So, wir sind wieder zurück von Freising. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein kleiner Einblick in den Tag von Praktikanten hier bei Gronis. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, bewirbt es euch und macht es mal mit. Tschüss. Tschüss.